Hallo, hier ist der Martin von MoneyMunkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 26.02.2020. Und ja, Katastrophe! Also unser DAX hier im reinsten Fegefeuer, der verglüht ohne Ende und haut immer noch weiter rein und mehr Glut nach oben und drückt sich durch. Das kommt jetzt nicht ganz unerwartet zum Dienstag, müssen wir ja auch so sagen. Wir haben darüber gesprochen, den Vergleich auch zum Februar gezogen, dass es durchaus denkbar ist, dass da noch so ein Tag hinterherkommt und dass es sehr wichtig ist, wie der Dienstag im inneren Verlauf eben verlaufen würde. Hatten wir darüber gesprochen, dass zum einen natürlich hier extrem viel Sentiment gegengehauen hat, extrem viel Long und der Mark sich natürlich dann auch gerne so ein Geld holt. Hatten darüber gesprochen, dass man die bestimmt auch ausstoppt und vor allen Dingen zu Beginn reinkötert mit dem Aufwärtsgap. Da haben wir auch darüber gesprochen, wenn ein Aufwärtsgap kommt, dass man sich davon nicht irritieren lassen sollte. Erstmal, wenn das dann zumindest gleich abverkauft wird, wäre das ein Schwächezeichen. Dann sollte es hier einmal drunter gehen unter die 900, also unter dieses alte Tief, einmal drunter, um die Stopps zu frisieren, rasieren, um die Stopps zu rasieren. Irgendwie hier so in den Bereich reinschlagen, dann wieder hoch. Das haben wir gesehen, der ist auch deutlich wieder hochgekommen, ist dann allerdings so im Bereich um 13.000 in seiner Erholung schon verkümmert und von dort weiter durchgereicht worden. Hier dann auf dem Short-Trigger sogar unten auch weiter. Also das ist schon ordentlich Tobak. Für meinen Geschmack, da wäre mehr drin gewesen. Da hätte er auch weiterfallen können. Er hat sich zurückgehalten. Er war fair, vielleicht zu denen, die noch Long drin sitzen. Da wäre mehr gegangen. Also eine 4.50 hätte er locker schaffen können mit dem Tag davor im Nacken. Wie gesagt, ich denke, dass das hohe Aufwärtsgap da ein bisschen der Grund war, wäre tiefer reingekommen. Hätte er das vielleicht geschafft. Aber bleibt mal bei der Situation. Wir gehen zuerst mal auf den Tagesschart. Wir gehen zuerst mal auf den Tagesschart. Hier haben wir nämlich ein was drin. Wir haben ja noch so einen alten Trigger, so einen alten Short-Trigger. Ich würde hier momentan am liebsten gar keine Pfeile mehr reinzeichnen. Denn das ist einfach, ja, also auf der Zeiteinheit, ich muss da jetzt auch erstmal abwarten, wie sich das dann hier entwickelt, wie weit er kommt. Also hier einen Pfeil reinzusetzen und zu sagen, der muss jetzt hier an der 200-Tage-Linie hoch. Also das, was wir hier quasi gemacht haben, aus der Situation heraus, mit dem Feuer, mit der Volatilität, das passt letztendlich nicht wirklich. Was wir machen könnten, wäre hier zu sagen, dass wir sagen, Rücklaufmarke ist jetzt hier, jetzt sind die alten Tiefs, diese Dreifachbooten. Wenn er da von unten reinkommt, 9.40 bis 8.85, das wäre dann eine interessante Rücklaufzone. Wenn er denn mal zurückläuft, das heißt, dort könnte man tatsächlich dann sogar nochmal Short aufladen und versuchen, nach unten wegzutraden. Dass man dann quasi sagt, okay, man zieht von hier dann einfach auf eine Fortsetzung der Bewegung, wenn er da oben nochmal reinläuft, ohne dass er jetzt da direkt ranspringen muss. Das ist jetzt eine wichtige Widerstandszone da oben, sollte man mit auf dem Schirm haben. Ansonsten würde ich sagen, Oberhalb von der 13.165, wenn uns das wieder gelingt, dürfte sich der Markt ein bisschen entspannen, dürfte sich lockern. Ich sehe das momentan noch nicht, ich rechne hier, dass hier noch ein bisschen weiter was nach unten knallt. Wir sollten es aber mitnehmen, denn dann wäre hier so ein Gap-Close drin, der dann Richtung 4.85 gehen könnte. Und dann wäre es sogar möglich, dass sich der Markt erstmal wieder fängt. Aber das muss er dann auch erstmal bringen und ich sehe das aktuell noch nicht. So, was sehe ich aktuell? Und da gucken wir dann hier unten erstmal. Was sehe ich aktuell? Aktuell sehe ich, dass wir hier nach unten aufbeschleunigen und ich sehe auch, wie sich so die Masse verhält. Ich sehe auch, was wir so für Mails auf dem Verteiler kriegen und da muss ich mal jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich glaube, das ist ja auch was, was für sie ganz wichtig ist, weil sie es oft gar nicht sehen. Wir haben so viele Kunden bei uns im Premium-Dienst drin, als auch über das Video, die uns einfach auch so schreiben, dass wir quasi schon unser eigenes Sentiment bilden können an typischen Reaktionen, typischen Bewegungsmustern. Letztendlich ist es ja auch bei den Seminaren nichts anderes, was wir mitgeben. Unsere eigenen Fehler, das, was wir immer wieder bei anderen sehen, was die für Fehler machen und eben das, was dort auch klappt. Und da bin ich jetzt bei einem Punkt, wo ich sage, wir haben momentan eine andere Form von Mails auf dem Verteiler, wie man das nach solchen Tagen erwarten wird. Und Hass-Mails von wegen, ja Martin, du hattest immer gesagt, der steigt da oben und jetzt bin ich hier komplett runter. Ich habe mich total ruiniert. Du bist schuld und alles nur wegen dir. Habe ich noch nicht bekommen. Ich habe auch solche Mails noch nicht bekommen von wegen, ähm, aber ja, Trading ist für mich überhaupt nichts und ich mache jetzt erstmal eine Pause und ich habe mich total übernommen. Ich habe hier mein ganzes Depot zu hauen. Haben wir auch noch nicht bekommen. Und auch, ähm, ja, das sind eigentlich so die Markanten. Aber alles, was so in diese Richtung geht, dass die Leute aufgeben, dass diese Hoffnung, dass sich das jetzt gut, dass das noch gut ausgeht, dass die weg ist, das nehme ich noch gar nicht wahr. Wenn ich daran denke, wie das im Februar war, da haben zwei so eine Tage ausgereicht. Und dann, das war unisono, was wir auf dem Mailverteiler für Mails hatten. Es waren immer die gleichen, aber das ist noch nicht da. So, für mich wäre das jetzt ein Punkt, wo ich sage, okay, dann kommt vielleicht noch was. Und zwar noch was Richtiges. Noch was hinterher. Und dann müssen wir jetzt einfach mal den nehmen, den Tag. Und wir haben ja gesagt, wenn in den Trend der Markt eher aufdrückt, dann beschleunigt er eher noch. Das heißt, er hat sich ja hier schon ein bisschen zurückgehalten, aber wir müssen durchaus diese Spanne, die der hier gehabt hat, jetzt für den Mittwoch als Maßstab nehmen. Und sagen, das ist der Bereich, den der Tags jetzt hier zum Mittwoch, wenn er Bock hat, nach unten nochmal abdrehen kann. So, und das sind jetzt 541 Punkte. Wenn ich sage, von 13.600 nochmal 550 Punkte runter, sind wir irgendwo um die 12.000, 12.100 rum. Soweit das erstmal klar. Also, da ist schon Platz. Und ich würde tatsächlich das dann hier auch erstmal noch so reinnehmen. Das wäre dann eine schöne Zielzone, von der der Markt auch mal deutlicher weghauen könnte. Was man auch mit im Hinterkopf haben sollte, wir haben hier eine sehr gute Unterstützung, eine sehr gute Passion. Ich traue der noch nicht. Da ist aber ein offenes Gap. Hier, sehen Sie das? Da ist noch ein offenes Gap. Wir haben hier drei Hochs. Das ist schon eine harte Zone, auf die der DAX aufknallen würde dann. Und die ist nicht mehr weit weg. So um die 500 bis 450. Wir haben im Premium-Dienst dort sogar einen Long drinne stehen gehabt. Noch nachdem das hier so in der Konstellation stehen geblieben ist. Den haben wir jetzt erstmal gesperrt. Den sollte man nicht limitiert ausführen. Das haben wir auch vorhin nochmal rumgeschickt. Aber wenn man dort Umkehrkerzen sieht, auf so einem Niveau, kann der Markt von dort auch gut und gerne wieder richtig gut zurückschnipsen. Also, das ist eine sehr interessante Zone jetzt hier um die 12.500, 12.450. Geht er da durch, hätte ich dann so den Bereich um 330 bis 250. Den fände ich sehr interessant. Da wären dann 1.500 Punkte durch. Und auch hier so ein 161er Retracement von dieser Bewegung. Wenn man das von hier nach hier einfach mal nach unten legt, dann kommt man so ungefähr um die 12.300 rum. Äh, die 12.300 rum. Das ist eine interessante Zone. Und dann eben die 12.100 bis 12.50. Hier, wo diese Trendkante läuft. Also, Platz ist nach unten genug. Und ich würde ihm den sogar einräumen. Zum Mittwoch auch. Auch wenn das krass ist und auch wenn das viel ist, was hier gekommen ist. Aber die Leute sind noch nicht... Also, das Feeling passt mir noch gar nicht. Da ist noch... Die sagen zwar alle, oh, ist das krass, oh, ist das krass. Aber das ist... Also, mir fehlt einfach diese kontraindikative Wahrnehmung dieses Scheiterns. Und das ist einfach so. Wenn der Markt Instinkte rauskitzelt, dann prügelt er die kaputt. Und dieses Kaputt-Sehen von... Kaputt-Prügeln von Instinkten, das habe ich noch nicht wahrgenommen. Vielleicht kommen die Mails jetzt morgen alle und schreiben alle, oh, du Martin, jetzt hast du das gesagt. Ich habe mich bloß nicht getraut, mit dir zu schreiben. Bei mir ist es aber schon over. Kann auch sein, weiß ich nicht, für meinen Geschmack. Ich habe so im Urin, das wir hier unten noch nicht fertig haben. So vom Bauchgefühl. Das ist aber wirklich Bauchgefühl auf Basis unseres Mähvorteilers, muss ich ganz ehrlich so sagen. Und das ist doch immer schon recht zuversichtlich, wann die Leute anfangen irgendwas zu machen und wann sie irgendwas anfangen nicht zu machen. Das ist wirklich kontraindikativ sehr, sehr, sehr wertvoll. Das muss man sagen. Ich zeige Ihnen sowas ja auch immer. Ich sage Ihnen sowas ja auch immer. Sie erinnern sich bestimmt hier oben, haben wir drüber gesprochen, dass ganz viele gesagt haben, sie handeln jetzt ohne Stop-Loss. Können Sie sich erinnern? Die gesagt haben, sie sind seit November die ganze Zeit, haben sich schlecht gehandelt, weil sie immer wieder ausgestoppt wurden und sie fangen jetzt an, ohne Stop zu handeln. Das haben wir auch gesagt. Ja, das ist kontraindikativ. Wenn viele sowas schreiben, ist es oft so, dass der Markt dann richtig anfängt, durchzurennen. Ich persönlich habe ja gedacht, wir rennen auf die 14.500. Da hat sich jetzt für die andere Richtung entschieden. Naja, das ist dann so. Aber von der Bewegung passt es trotzdem wieder genau auf das. So, Ende vom Lied ist, wir haben unten noch Risikopotenzial bis gut und gerne, möchte ich sagen, 12.100, 12.050. Ich habe sehr interessante Bereiche und da können wir aber auch ein bisschen tiefer gehen, können wir auf die 2-Stunden-Runde gehen. Ich habe hier interessante Bereiche um die 300 rum. Das ist dann hier die 330, 320, 270. Das ist dann auch eine alte, bekannte, super stabile Marke. Die 270, die hat schon früher immer gute Dienste geleistet und viele, 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 viele harte Schläge auch direkt abgefangen. Und ja, was kommt denn danach? Was kommt denn danach? Jetzt fällt es mir gerade so ein. Also, 13, 12, das, was ich mir gerade gezeigt habe im Tagesschauert, das ist doch das Niveau, an dem wir uns 2018 gefangen haben. Da sind wir nämlich von 13.600, sind wir genau, 1.500 Punkte gefallen auf 13.100, genau das Niveau hier. Also, das ist schon ein interessanter Zufall, oder? Ich täusche mich doch nicht, hä? 13.600, runter auf 12.100 und dann erstmal wieder 500 Punkte hoch als erste Gegenreaktion überhaupt. Eine Gegenreaktion überhaupt haben wir noch gar nicht gesehen. Wäre dann also mal dran, wie gesagt, spätestens so im Bereich 12.300, 12.050, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ja, gut. Okay, oben haben wir, das haben wir besprochen. Gehen wir nochmal runter, gucken nochmal, was wir hier jetzt anfangen können. Ist jetzt erstmal, sieht es erstmal nicht gut aus. Ich würde ihm fast zutrauen, dass wir per Nacht hier unten rumstöbern. Dann aber trotzdem ein bisschen höher, tiefer eröffnen. Und ja, muss ich zeigen, also hier ist ja noch nichts, da ist ja noch nichts Grünes. Wir brauchen mal grüne Kerzen, wir brauchen ein bisschen Ruhe, Stabilität, Umkehrmuster. So viel Stress, wie er momentan hat, gehe ich davon aus, dass wir mindestens zwei, drei Tage für eine Umkehr brauchen. Weil diese ganzen Erholungen, die jetzt kommen werden, da werden alle ihre Position noch ablegen, die sagen, oh, lieber jetzt hier noch raus, als weiter unten. Lieber mal einen Rücklauf nutzen, jetzt sind wir mal 2% gestiegen, da stoße ich ab, habe keine Lust mehr. Ich glaube, sowas wird kommen und in der Regel braucht der Markt dann relativ lange, bis er umdreht. So zwei, drei Tage würde ich das schon einplanen. Und der Bereich hier unten wäre schön, um sich zu stabilisieren, dann so ein bisschen aufzudrehen. Die für 50 finde ich interessant, die für 500, also es sind schöne Niveaus jetzt hier, die 200-Tage-Linie hier um die 6,40 rum. Also solltet ihr hier eine grüne Kerze zum Beispiel jetzt hinstellen und über 6,90 schließen, gleich zum Morgen quasi nach oben mal arbeiten, zur Abwechslung. Dann würde ich schon sagen, mal einen Rücklauf einplanen, Richtung 12,8, 12,885. Unter das Tief hier unten dran, jetzt muss ich bloß aufpassen, wie ich Ihnen das male, dass es hier nicht blöd aussieht. Wir nehmen mal den hier raus, der irritiert hier dolle drin. Wir nehmen den hier raus und setzen da mal sowas hier ran. Das wäre jetzt hier eine super, super Umkehrzone, wenn er denn hochkommt. Und ansonsten gilt halt weiter Durchriss. Also wenn ich das so sehe, 12,885 bis 12,69 wäre jetzt hier eine schöne Zone, vielleicht sogar eine Verkaufszone, wo man nochmal was reindrücken könnte, wo man schon fast davon ausgehen müsste, dass selbst wenn der DAX hier ein belastbares Tief hinkriegt, er dann von dort aus einen Doppelboden baut. Also das ist eine interessante Zone hier, 12,885 bis 12,69. Bisschen grober gefasst, aber das geht nun nicht anders. Hier oben können wir, das können wir so festlassen, so lassen. Also diese 13,100, die ist wichtig. 13,120 haben wir, glaube ich, gestern sogar gesagt, warum liegt unser Pfeil so weit unten. 13,1,20 hat man gestern gesagt, ne, da muss er drüber. Also wenn das irgendwann nochmal gelingt, wäre auch denkbar, dass er dann hier ein bisschen mal ins Gap reinarbeiten kann. Aber davon sind wir erstmal noch ein ganz, ganz, ganzes Stück entfernt. 12,4,50 wäre dann, äh, 13,4,50 wäre dann das Ziel. Ja, und unten raus, hier erstmal noch genug Schwung drauf. 4,50 kann er erreichen, wenn ihm die 6,40 jetzt nicht reicht, wäre auch denkbar zur Nacht. Und dann hätten wir unten, dann nehmen wir, nehmen wir das hier mit, geht er tiefer, müssen wir vielleicht auch mal ein, zwei Linien raushauen hier. Geht er tiefer, nehmen wir die 3,70 raus, ich hoffe nicht, dass es genau die dann wird. Nehmen wir die 3,70 mal raus und dann bauen wir ihm hier noch eine Reaktionsfeilchen auf die 320. Also die kann auch schön zocken, die kann ordentlich knallen, 4,50, 500 ist von dort drin. Wenn er annäuft, wenn er es annimmt, aber dafür brauchen sie Umkehrkerzen. Also nicht blind dagegenstellen, ne, keine Blödheiten machen, keine Dummheiten machen. Ähm, nicht, 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 nicht versuchen hier irgendwie den Markt zu, zu drehen oder so. Mit den eigenen Positionen immer mehr reingeben, immer mehr Vollgas geben, das funktioniert nicht. Somit haben wir eigentlich, somit haben wir es eigentlich im Kasten. Ansonsten, ja, hier 12,100 und mehr. Also 12,100, 12,100 bis 12,50. Ich lege ihn da jetzt mal hier auch eine Linie rein, auch wenn hier keine ist. Ich glaube, das wäre dann, also ich glaube, da könnte ich persönlich mir sogar vorstellen, mal die Finger reinzuhalten. Da bin ich sehr gespannt, wenn das zum Mittwoch kommt, das könnte eine schmackhafte Marke werden. Ansonsten für einen Umkehr wäre an sich eher der Donnerstag qualifiziert. Ne, Donnerstag schlagen auch gerne in beide Richtungen. Ne, Dienstag zum Beispiel, wenn er über Nachmittag einen Tief macht, ist er oft ein sehr starker Trendtag. Das hat er gut bestätigt. Der Mittwoch ist eigentlich immer so ein Nachläufer vom Dienstag. Nein, wenn der Dienstag gut ist, läuft der Mittwoch gut. Wenn der Dienstag schlecht war, läuft der Mittwoch auch schlecht. Also da bin ich noch ein bisschen, traue dem Mittwoch noch nicht ganz so viel zu. Das muss nichts heißen. Aber die Tendenz ist abwärts, der Trend ist abwärts und wir haben unten noch Ziele. Und wir haben keine grünen Kerzen. Und solange wir keine grünen Kerzen haben, brauche ich ihnen jetzt erstmal nach oben nichts anzählen. Also das wäre erst relevant, wenn wir grüne Kerzen kriegen. Ja, und dann auch schöne, kräftige, nicht so eine Lulli zur Seite, Doji-Kerzen. Da können sie fast schon wieder Schroh drauflegen dann. Na, also gut. Okay, dann hoffe ich, dass sie gut durchkommen. Dass sie nicht viele Blödheiten gemacht haben. Dass sie vernünftig geblieben sind und das hier cool aussitzen. Und dann werden sich vielleicht hier sogar noch schöne Potenziale dann ergeben für all die, die sich bisher ihr Kapital aufgespart haben. und dann hier hinten anfangen können, richtig loszulegen, wo alle dann ihr Handtuch werfen. Das ist beim Trading immer so. Wenn man dahin geht, wo alle weggehen, dann ist dort eigentlich, macht es am meisten Spaß, genau an der Stelle halt. Gut, aber wichtig ist halt, dass man bis dahin halt durchkommt und überlebt. Und ich drücke da allen die Daumen, dass sie im Kopf das verarbeitet kriegen und hier nicht sich selber nur im Weg stehen, den ganzen Tag. Ansonsten da einfach eine Pause machen. Also ich mache das schon so viele Jahre. Das geht mir auch manchmal so, dass der Markt steigt und ich denke, der fällt. Und ich kriege es nicht in den Kopf rein, um dann long reinzudrücken. Auch andersrum. Der Markt fällt und ich sehe ihn steigen und der fällt aber. Und ich kriege es dann im Kopf nicht rein, um dann da offshore zu drücken. Das gibt solche Tage, das gibt solche Momente. Das habe auch ich heute noch. Also das gibt es, das geht. Und das kriegt man auch nicht weg, aber man muss damit umgehen können halt. Und dann muss man selber erkennen, pass auf, du willst, dass der Markt das macht. Der Markt macht aber das Gegenteil. Sprich, ich handle heute nicht. Und darauf muss es hinauslaufen. Also das muss jeder sich selber antrainieren. Anders geht es nicht. Also wenn sie immer nur gegen so eine Tache gegenhauen, haben sie nicht viel Spaß. Das fliegt ihnen immer irgendwann einmal im Monat, fliegt ihnen das richtig um die Ohren. Oder einmal im halben Jahr oder einmal im Jahr. Und dann sind die ganzen Jahresgewinne weg. Das bringt einfach nichts. Das bringt einfach nichts. Punkt. Da haben sie nichts gekonnt. Das wissen sie alle selber. Gut. Okay. Wir machen jetzt hier Klappe zu. Affe tot. Haben gestern schon sehr viele Worte verloren. Ich hoffe, sie können was damit anfangen. Ich hoffe, sie kommen hier gut durch. Und drück ihnen auf jeden Fall die Daumen halt. Jo. Dann. Tschö. 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 Vielen Dank.